Ich lerne Deutsch. Nummer 8059 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Hier liegt der Fehler. Die Werte müssen noch einmal überprüft werden. Wir machen von fast jedem Moment ein Selfie und schicken es an unsere Community. Diese Frage kann ich beantworten. Ich kenne ein Wort, das mit diesem Buchstaben beginnt. Ich kann mich von der Vorstellung befreien, nicht gut genug zu sein. Ich kann mich von der Vorstellung befreien, nicht gut genug zu sein. Wenn du Schwierigkeiten mit der Wortwahl hast, bitte um Hilfe. Wenn du Schwierigkeiten mit der Wortwahl hast, bitte um Hilfe. Wir motivieren uns gegenseitig auf dem langen Weg zur Fitness. Wir motivieren uns gegenseitig auf dem langen Weg zur Fitness. Wir motivieren uns gegenseitig auf dem langen Weg zur Fitness. Wir haben diesen Mann im Urlaub kennengelernt. Leider konnten wir seine Sprache nicht verstehen. Wir haben diesen Mann im Urlaub kennengelernt. Leider konnten wir seine Sprache nicht verstehen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Ich habe den Kanal zu abonnieren.